Na ja, Philippe war mein Fotograf. Ich hätte gar keinen Grund gehabt, ihn zu erschießen. Anstatt hier die Zeit abzusitzen und die Unschuldigen zu befragen, läuft der Mörder noch draußen rum. Was soll überhaupt dieses ganze Verhör hier? Dieses ganze Tam-Tam? Ja, der Mörder läuft noch draußen rum. Ich bin es nicht gewesen. Wie oft denn noch? Was soll ich denn noch tun, außer Ihnen zu sagen, dass ich es nicht war? Und wissen Sie was? Ich würde es am liebsten jeden Tag tun. Nur leider kann man das ja nur einmal machen. Genau. Das ist kein Grund. Das ist ein Grund. Wenn der Mörder hierher herzelt ist, ist nur dieses Jahr ganz zum Beispiel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020